Aufgepasst Mädels und Gule, es ist Zeit für Dr. Wolfensteins Monster-Film-Show. Ah, der Doktor ist da. Schreit nicht rum, bewegt euch nicht. Lasst Kanal 68 eingeschaltet und dreht den Halloween-Film-Marathon. Ich bin euer Gastgeber, euer definitiv schaurig-finsterer Gastgeber, Dr. Wolfenstein. Ich werde bei euch bleiben und zwar bis zum Ende. Hallo, Leute. Mögt ihr Blut, Gewalt, wirkliche Freaks? Na, dann kommt doch in Käpt'n Spauldings Museum der Monstren und Komplettirren. Ja, seht den Alligator-Jungen. Fahrt auf meiner berühmten Mörderbahn. Und was am wichtigsten ist, vergesst ja nicht ein paar meiner leckeren Brathähnchenschenkel einzusacken. Aha, die Dinger sind echt so verdammt lecker. Bok, 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 bok. Hahahaha, enthauptet mit einem Schlachterweil. Hahahaha, seht es, hört es und fühlt es sogar. Hahahaha, sie verfolgen euch, um euch buchstäblich abzuschlachten. Hahahaha, unglaublich, aber wahr. Hahahaha, seht es, hört es und fühlt es sogar. Hahahaha, englose Qual, grausame Schmerzen. 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 Hahahaha, englose Qual, grausame